Also für mich ist eben doch wichtig, wenn ich laufe, dass ich Mittel mit habe, damit es die Reibung unterdrückt. Jeder, der läuft, weiß, wie schwierig das ist. Zwischen den Beinen können sich Entzündungen bilden und jetzt möchte ich eben doch hier in der Kälte mal ausprobieren, wie das Produkt funktioniert. Zwar galt jetzt hier drin, mich frostelt schon, aber ich muss die Hosen runterlassen und mich belohne oder nicht. Pure Skin wirkt sogar in der Kälte. Und ich muss wirklich feststellen, das funktioniert. Das ist ein Produkt, wo ich ehrlich sagen muss, ich habe viele andere ausprobiert. Das kann man nehmen. Das ist ganz wichtig für mich, dass ich das unterwegs mit habe. Ich muss es eben auch in der Kälte auftragen. Ich habe es ja jetzt ausprobiert. Das funktioniert ganz gut. Pure Skin hilft sogar in der Kälte. Gut ja! Hahaha.